Das ist eine Asphaltstrecke mit langen Geraden, Leistungskurven und einigen engen Kurven. Bei Tageslicht wäre sie echt schön. Tut mir leid. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Geradeaus! Gefolgt von der Brücke. Scharf rechts! Komm, dann mittelscharf links. Mittelscharf nach links. Scharf rechts! Brücke, dann mittelscharf links. Mittelscharf nach rechts. Mittelscharf nach links. Gleich links. Gefolgt von der Brücke. Mittelscharf nach links. Dann scharf rechts. Scharf rechts! Gleich links. Gleich links. Gefolgt von der Brücke. Gleich links. Mittelscharf nach links. Mittelscharf nach links. Mit Haarnadel rechts. Gefolgt von mittelscharf nach links. Haarnadel links. Haarnadel links. Mittelscharf nach rechts. Dann scharf rechts. Und dann scharf links. Gefolgt von mittelscharf nach links. Leicht links Leicht links Gefallen von der Wolke Ab rechts Mittelscharf nach rechts Mittelscharf links Ab links Denk nicht weiter an zu bremsen Untertitelung des ZDF, 2020